Tori Twister, stürmisch unterwegs. Tori liebt die Besuche bei ihrer Großmutter. Normalerweise verbringen sie die Sommerferien immer bei ihrer Oma, Professorin Windagard Twister. Und sie ist auch diesmal wieder unterwegs mit ihren beiden Geschwistern, mit ihrer Schwester und ihrem Bruder. Sie wollen die Sommerferien wieder bei der Großmutter verbringen und diesmal kommen sie in dem Ort an, in dem die Großmutter lebt. Allerdings tobt dort ein Wirbelsturm und sie geraten mitten in einen wirklich heftigen, heftigen Sturm. Und als sie am Haus der Großmutter landen, sehen sie, dass dieser Sturm sogar die Großmutter erfasst hat. Und erst als der Sturm nachlässt, können sie die Großmutter so richtig in die Arme nehmen und sagen, Oma, was ist denn nur passiert? Und wie das so ist, die Großmutter hat sich im Kopf verletzt und weiß nicht mal mehr, wer ihre Enkel eigentlich sind. Allerdings ist Professorin Windagard Twister eine Wetterköchin. Sie hat im Keller ein kleines, eine Wetterküche und dort versucht sie mit experimentellen Methoden Wetter zu machen. Da das Wetter jetzt aber dort im Dorf völlig außer Rand und Band gerät, versucht Tori, denn sie ist die Einzige, die bisher mit ihrer Großmutter immer in der Wetterküche gearbeitet hat, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und ein bisschen Regen herunterkommen zu lassen, weil es nach diesem Sturm unglaublich heiß ist. Ob das so gelingt und warum das Wetter da so außergewöhnlich ist. Davon müsst ihr selber lesen. Viel Spaß damit.